Hallo und herzlich willkommen zum schon längst angekündigten Special zu FIFA Street. Hat ja lange, lange gedauert, bis wir das endlich mal ordentlich hingekriegt haben. Wer nicht weiß, worum es geht, es hatte schon mal eine Aufnahme gegeben, die dann leider abhandengekommen ist durch diverse Fehler. Aber jetzt spielen wir nochmal FIFA Street für euch und wir, das sind natürlich ich, Troff, du und... Ich, Karl Toffel. Und wir fangen an mit Fünferteams. So, let's go. Was nehmen wir denn? Ich sage, deutsche Liga als erstes. Ja, fangen wir mit Deutschland an. Du nimmst wahrscheinlich... Ja, ich weiß nicht. Ja, also ich würde auch einen von den beiden nehmen, von daher... Dann nehme ich die Dortmunder. Dann nehme ich Bayern. Willst du was ändern? Äh, ne, eigentlich nicht. Let's go. Dann lass uns das Champions League Finale spielen. Richtig. Fuck, wenn die Folge kommt, dann waren die Hinspiele schon. Und wenn jetzt die beiden deutsche Teams richtig auf die Fresse gekriegt haben, dann sehen wir richtig retardert aus. Nein, du. So. So, ab geht's. Boah. Boah, da geht er direkt wieder auf. Oh, und er dreht den Stick. Boah, Konter. Oh, und er dreht den Stick. Ja, ja, ja. Nein, hör mal um hier hin, hör mal auf. Oh, und er dreht den Stick. Oh. Ach, übrigens, wir spielen natürlich ohne die Hintergrundmusik, die zwar richtig geil ist in dem Spiel, aber halt auch GEMA und Co. geschützt. Also, nicht nur GEMA, sondern auch in anderen Ländern werden die Videos dann gesperrt wegen der Musik. Wie seid ihr denn? Na, ach, komm. Na, das wird dumm. Dumm, 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 dumm. No. Ja, raus. Nein. Was macht der da? Nein, was mache ich da? Foul. Rote Karte. Mein Gott, was machen die denn da? Der war gut, der war gut. Hast du jetzt absichtlich deinen Torwart verstellt oder unabsichtlich? Yeah. Eigentlich unabsichtlich. Ah, cool, dann hast du den Controller, der von selbst Sachen verstellt. Gut, gut. Hilfe, Hilfe, das sieht gar nicht gut aus. Komm, komm. Ach, komm, 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 komm. Ja, klar. Ja, normal. Nein. Scheiße. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass du da weggehst. Geht doch. Ja. Ja, Mann. Geil, das ist los. So. Anschluss. Ah. Scheiße. Komm. Nein. Ja, leg dich hin. Oh, mit Bande gespielt. Ach. Also ich finde, die hohen Bälle sind hier echt extremst nutzlos. Ja, leider. Also in den alten FIFA Streets waren die viel geiler. Da konnte es aber auch noch mit dem Handstand passen. Ich sage, viel geiler. Ja, das war Pech. Ja, ziemlich dumm. Nein. Nein. Ja, nein. Vielleicht. Nein. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Danke. Bester Pass. Ja, der war knapp. Ja, der war knapp. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, Mann. Gibt's das denn? Jetzt oben lang, oben lang, oben lang und Flanke und... Das ist denn selbst hochgelegt? Ja. Nein, du machst nicht noch. Boah, Glanzparade. Konter. Und da fällt dein Torwart wie ein Stein und rettet ihn noch. Ja, theatralik. Und das war die erste Halbzeit. 3-1, das schaffe ich noch. Ach, warum? Ach, was war das denn irgendwas? Mein Gott. Ja, komm. Ja, war... Aha. Och, Mann, Idioten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warum? Ah, gibt's doch nicht. Ah, er ist links. Oh, endlich. Mist. Mist, verdammte. Ja, ja, ja. Nein, oh. Ja, tritt ihm ins Gesicht. Tritt ihm ins Gesicht, wenn ich bitten darf. Ich hab kein Deutsch mehr, ich muss das nicht können. Oh. Jetzt stell dir vor, du musst in ihn nachprüfen, weil du so gut geschrieben hast. Ja. Und dann sagst du, tritt ihm ins Gesicht, wie peinlich das dann wäre. Sehr. Punkt. Oh. Da hätte er fast einen... Was war der denn da? Punkt. 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 Da muss doch eins fallen. Nein, 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 nein. Oh, schön. Nein. Ja. Gut. Das war zwar jetzt eigentlich nicht FIFA Street, sondern lame FIFA. Aber es hat funktioniert. Na, hat das nicht. So. Zack. Und... Schade. Ja, was... Robben. 30 Cent. Oh, was war das denn? Schade, 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 schade. Ach, was war das denn? Schade, schade, schade. Schade, schade. Mach mal in die Mitte. Ja. Stopp. Komm, lass spielen. Ja. so hoch. Ja, rutsch durch die Beine. Mein Gott. Die können jeden Trick, aber nicht ordentlich passen. Yeah, yeah. Nein. Du hast es aber jetzt echt darauf abgesehen, das erste Lufthor zu machen. Ja. Egal wie, ob mit Kopf oder Vollrückzieher. Komm. Zack. Ja, gut. Das war meine Schuld, hab ich ihn rausgeholt. Ja, danke. Oh, fuck. Nein. Mein Gott, Robben. Mein Gott, Robben. Mein Gott, Abwehr. Ach, komm. Ja, der Ausgleich. Verdammt. Ja, man sieht schon, wir packen hier viele Tricks aus. Oh. Oh, das war knapp. Das wär's gewesen. So, jetzt geht in die Verlängerung. Komm. Ja. Nein. Weg. Ja. Oh, mein Gott. Mir ist doch egal, hier gibt's ja keine Ecken oder so. Ja, trotzdem. Das ist unnötig. Oh. Ja, Tricks da wieder. Ja, sauber. Mann, lahm. Oh, der war durch. Oh, komm, greif mich an, greif mich an. Ja, mach ich doch. Nein. 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 Nein, Gott, halt doch mal fest. Konter. Nein, das ist. Ja, sehr gut. Bleibt er da so lange stehen. Ins Gesicht. So, komm. Schnell, schnell, schnell. Was ist denn los mit dich? Na. Nein. Nein. Keeper. Danke. Mann, scheiße. Nein. Ja, durch zwei. Alter, das war knapp. Das war knapp. Ja. Ja. Oh, er wäre fast ein Eigentor gewesen. Keep. Was steht dir da so dumm? Ja, komm, liegt dir auf dem Weg. Sehr gut. Erstens. Heifene Keep umhauen. Sehr gut. Nein. Nein. Hein. War Boah. Scheiße. Weiter. Er wird ja außen, ich bin da. Ich hab's nah. Ja. Ja, komm. Oh, das sieht... Ah, dann mache ich so einen Kack. Nein. Oh, ah. Und... Bam. Einer mit. Verdient. Yes. Aber das war jetzt das erste Spiel. Wir spielen natürlich drei Spiele. Ja. So. Gleiche Teams aber, ne? Ja, klar. Einfach... Spielen und wir starten da erst. Knapp, knapp, knapp. Durchaus, ja. Na, man sieht, wir können beide sehr viele Tricks. Zidane-Rolle und Sinn-Los-Stick bewegen. Das hört sich dann so an. Schwarzer Bildschirm, was sagst du dazu? Ich weiß es nicht, gefällt mir nicht. Enttäusch mich nicht. Ach komm, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Wir haben auch nur Pech. Nur Pech mit FIFA-Street. Also, bis gleich. Da sind wir wieder. FIFA ist neu gestartet und hoffentlich geht's jetzt länger als ein Spiel. Hoffentlich. So, erstes Spiel für mich. Sieg klar machen. Was meinst du? Schaffst du nicht. Oh, guck mal. Oh. Ja. Wir können das ja auch so machen, dass wir nach diesem Spiel immer den Controller wechseln, damit das Handicap mit dem Torhüter-Random-Shit immer bei einem anderen liegt. Ach, im Moment funktioniert's ja noch. Ja. Ja. Oh, mein Gott, was soll das? Ich find's auch gut. Der Keeper nimmt den Ball außerhalb des... Ich weiß nicht, ob man das hier Strafraum nennen darf. Aber nimmt ihn in der Hand. Egal, juckt er keinen. Nein, der ist doch so klein. Wieder vorbei. Oh. Ach, yes. Nein, warum... Oh, ja. Nein, geh rein. Was für ein Double-Fail, Alter. Ah, Hilfe. Einmal von mir, dann von dir. Nein. Ich versteh jetzt nicht, warum die nicht schießen können. Die müssen sich irgendwie drehen oder sonst was, damit die mal ordentlich schießen können. Weißt du, so einer sitzt dann. FIFA-Logik. Ja, FIFA-Sweet. So, komm. Und jetzt... FIFA können wir von mir aus auch irgendwann mal spielen. Ja. Aber da müssen wir gucken wegen... Klar. Ja, tritt ihm ins Gesicht. Tritt ihm ins Gesicht. Komm, 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 vorbei. Ja. Nein. 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 Ja, sehr gut, die Hacke dazwischen. Ja, gut. Passt dem Keeper. Ja. Was auch immer das für ein Trick war, der war cool. Ah, schöne Stellungsspiel. Ja, der war nice. Stell auf, Keeper, stell auf. Danke. Mann, nein. Scheiße, und ich hole den schon wieder raus. Ich hole den... Ja, ich dachte, du kommst weiter raus. Ja, genau so. Oh, jetzt geht er ab. Oh, die Grätsche. Ja, was war das denn? Ah. Keine Ahnung, ich wollte irgendwie was anderes machen. Was machen meine da? Ich drücke ins Torkeeper. Oh, yeah. Immense Dummheit. Ah, warum? Komm. Nein. Oh, yeah. Ah, das wird ja blamabel. Ja, hol den Ball weg. Hol den Ball weg. Los. Alter, vierten Goal. Komm. Nein. Kein Gegentum mehr, kein Gegentum mehr. Okay. Gut, Jungs. Gut. Ja, 4-0 wird schwer, wird schwer. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Ich brauch den Ball, ich brauch den Ball, ich brauch den Ball. Gib ihm. Ja, klar. Hier. Hier, bitte. Nimm den Ball. Nimm den Ball. Ich danke dir vielmals. Gib um. Nee. Warum? Warum tust du das nicht? Das Laufen. Der kann er doch nicht. Juhu. Ja, das ist wirklich blamabel. Das war ein Franck. Und zwar kein Franck Herz. Sondern ein Franck Rivoli, Alter. Und? Ja, spiel ihm in die Arme, spiel ihm in die Arme. Sehr gut. Und dann lauf nicht. Nein, lauf gar nicht. Oh, geht dazwischen, komm. Ja, was ein Trick, was ein Trick von mir. Ja. Nein, komm. Ja, warum spiele ich? Das ist so offensichtlich. Das ist so offensichtlich. Boah, krass. Komm, geh vorbei. Ja, das ist ja ganz schrecklich. Das ist ja ganz schlecht. Nein, da ist der Nächste. Mein Ziel ist es nicht, zweistellig zu verlieren. Ja, zweistellig, komm. Kannst du mal damit aufhören. Leg dich einfach ins Tor, alle. Nee, hier, halte Ball. Warum drehe ich mich so rein? Das ist doch dumm. Ah, der hat was gehalten. Ja. Musstest du das sagen? Komm, halte Ball. Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Ja. Komm. Wohin mit dir? Ja, macht es immer den selben Trick. Direkt hintereinander. Das hinkt du nicht immer. Ich bin hier, ich bin hier. Nach. Oh, nein. Kick den Ball weg. Einfach nur wegkicken. Das ist ja, verdammt, das funktioniert ja gar nicht. Ach, schön. Das ist echt schön dazwischen. Gut, ich bin hier. Glanzparade. Komm. Kommt schon. Giemals. 9-0. Ja, ja, der fängt ihn einfach. 9-0. Was für ein krasses Ergebnis. Ah, ziemlich mies. Entscheidungsspiel würde ich sagen, ne? Ja, war mal sowas von. Oder wir zählen einfach die Tordifferenz. Das geht natürlich hoch. Was? Startet offensiv. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das wollte ich auch haben. Keeper, du hast das gehalten. Ich bin stolz auf dich. Nein, das ist mein Abwehr. Ja. Warum? Nach hinten. Ah. Was war das für eine geile Bewegung von deinem Keeper? Ja, macht der Trick sieben Tage vorher. Ich will den Trick doch gar nicht machen. Je. Boah. Da hat er sogar noch geschrieben. Und? Nein. Ach, das... Hm. Hä? Sehr gut, Keeper. Du hast das gehalten? Das war eigentlich ein Schuss. Kein Pass. Warum da hin? Mensch. So, komm, das sollte aber reingehen, oder? Danke, danke. Der steht da in der kurzen Ecke, weißt du? Hält den nicht. Ne, da kannst du aber nichts gegen machen. Ja, ich weiß. Weil... Lame. Richtig, aber... Es geht hier um den Sieg. Und block mich doch einfach nicht. Und... Ja! Lass ihn stehen, lass ihn stehen, lass ihn stehen! Nein! Boah, Torwart, was machst du da? Zack! Wunderbar! Danke. So, und? Nah hin! Oh. Ja, Keeper, aufstehen. Danke. Hinter dir! Mein Gott! Locken, 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 locken. Oh, Hokus-Pokus! Keeper! Ah! Ah! Was hat er noch? Ah! Ah, Loll! Ah, Hilfe! Loll! Das ist doch nicht mehr schön. Ey, was macht der da für Müll? Das ist nicht was mehr normaler Müll. Keine Körpertäuschung! Verdammt, Alter, jetzt komme ich nicht drauf. Das war auf jeden Fall eine Anspielung von dir. Natürlich auch, Spongebob. Ja, aber ich weiß... Das ist keine normale Dunkelheit. Das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Ah ja, fortgeschrittene. Boah, ich hab die ganze Zeit gesucht. Aber in meinem Kopf ist kein Spongebob mehr, da ist nur noch... Ja, gehobener Service und atmen. Genau. Komm, rüber und... Ja, Kiba! Der ist aber auch gut. Geht mit dem Kopf hin, obwohl er die Arme benutzen darf. Ah, scheiße, steht er am Weg. Ja! Du bist halt einfach mal gegangen, ich bin stolz auf dich. Ich geh mal ab. Geh dazwischen. Nein, nein, nein. Zieh! Alles ist erlaubt. Ja, komm. Komm, den kriegen wir noch. 3, 2, 1. Ja, ich bin noch alles drin. Ja. So, komm. Ach, den Ball kann man auch mal nehmen. Ja, leg dich einfach auf den Boden. Ist bequem dort. Guck mal. Ah! Willst du den Ball auch abgeben? Danke. Warum immer aufs Tor? Die sollen den Ball einfach querlegen. Ja, sehr gut. Boah, glanzvoller, was ist da los? Ja, komm. Ja, mach erstmal einen Ausfußschritt. Ja! Ganz einfach, mach den rein. Komm. Weiter machen, weiter machen, weiter machen. Druck, Druck, Druck. Was? Das war eine Flanke, nur damit ich es noch mal betonen kann, ne? Boah. Und das war eine Parade und das auch. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mein Gott. Björk. Doppelpass. Zum Ball. Der ist Tor. Der hat Schleinmann. Einer rechts. Gib ihn, gib ihn, gib ihn. Mann, Mann, Mann. Ja, komm. Nein, warum gehst du da hin? Ja, sehr gut, sehr gut. Junge, Junge. Geh dazwischen. Oh. Der war schick. Direkt hochgenommen. Oh, der war durch. Ja, geht doch. Weiter so. Weiter so. Weg. Komm, 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 komm. Bleib dran, bleib dran, bleib dran. Nein, 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 nein. Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Geht der da alleine durch. Komm, 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 komm. Verteidigen. Ja, sehr gut. Keeper, geht zurück. Nein. Warum tue ich das? Nein, ey. Gibt's das? Ich bin hier, ich bin hier. Da lässt er auch noch abklatschen, genau in die Mitte. Ja, mit dem Kopf. Jetzt geht's nach vorne, jetzt geht's nach vorne. Kommt, schnell. Nein, 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 nein. Mein Gott, wieso hält der denn jetzt alles? Ich weiß es nicht, weil er mit dem Feld steht, deswegen. Und. Au. Ja, die Runde geht an dich. Yeah. Yeah. Fünf gegen fünf, mein Spiel. Hat man ja gesehen, 9-0 verloren, aber. Immerhin die Mehrzahl der Spiele gewonnen. Ja. Reichst doch. Gut, das war's mit Dietzen-Modus. In der nächsten Folge seht ihr dann was anderes. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.